Ja Freunde, hier sind wir wieder und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier schaffen. Lara! Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier beim Schwimmen. Gehto! Gehto! Auf jeden Fall nur schnell genug Schwimmen. Das sind 6 Mann oder so, glaube ich. Das ist schwer, das ist echt schwer. Gehto! Name! Was hatten wir hier so schnell zwei Mann zerlegt? Was ist das? Hey, kannst du nicht vergessen. Hey, kannst du nicht vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm jetzt, Lara, weg hier. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. 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 Hey, eine Sekunde zu langsam, dann kannst du den nicht mehr schnappen. Hey. 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 Nein. Mensch Leute, ist der aber. So, jetzt dürfte es nicht nur einer sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch mehrere sind. Das kann nur noch der eine sein. Hey. Hey. Das war's, wir haben's. Oh Gott, nein. Jonah, Jonah. Ich bin hier. Lara, hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn, wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Genau, Jonah. Sein Ende ist nah. Nein. Er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Weh. Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Was sollen wir das denn jetzt machen? Soll ich denn da hin, äh, fahren? Oder was? Ja. Die Frage bleibt dieselbe. Wie? Wie? Oh, Mann. Oh, Mann. Wie? Wie? Soll das gehen? Wie bringen wir den Jonah zu Jacob? Vielleicht klauen wir einen Hubschrauber? Eine Idee. Umschrauber klauen. Ja, ja, ja. Und dann warten wir. Und wir laden. Und wir warten. Ich würde ja viel lieber gern die Stadt sehen. Die geheimnisvolle, uralte Stadt. Und statt hier irgendwelche Typen zu heilen und, ja, ne? Was lädt der denn da? Das gibt's doch alles gar nicht. Ah, wir haben ihn schon hingebracht. Jacob, er sterbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behütet deine Seele vor allem übel. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang. Von nun an bis in Ewigkeit. Ha! Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jakob, sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real. Und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Kriege im Archiv? Geht. Ich guck mein Gott. Geht. 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 seinem volk nie schaden verstehen sie nicht all das ist mein werk und es muss endlich ein ende haben vater sie kommen näher sie bangen sich mit gewalt einen weg ins eis dann haben wir schon verloren nein irgendwie muss man sie aufhalten jacob auf der karte war ein geheimgang in die stadt verzeichnet der weg der unsterblichen das ist zu gefährlich und läuft die zeit davon jetzt nicht aufgebe wenn wir triniti verlangsamen haben wir vielleicht eine chance ich greife sie mit unseren truppen auf dem eis an dann sofort öffnet den weg die unsterblichen das ist doch nur drüber über die sie bereit sind gehen sie durch den eingang unter dem observatorium ich werde mich um ihren freund kümmern seid ihr bereit leute gehen wir mal hier rein so unsere mission lautet und sterblich klatschen was uns hier erwarten wird leute das sehen wir beim nächsten mal wenn es wieder heißt hier ist der bam bam hier ist nächste let's play bis dahin tschüssi koski